Der Vorzug des Krankenbesuchs Der Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte, Besucht ein Mann seinen kranken muslimischen Bruder, ist es so, als ginge er durch die Ernte des Paradieses, bis er sitzt. Und wenn er sitzt, wird er mit Barmherzigkeit bedeckt. War dieses am Morgen, beten 70.000 Engel für ihn bis zum Abend. Und war dies am Abend, so beten 70.000 Engel für ihn bis zum Morgen.